23. Ich will nach Hause. Asil saß im Bett, ein volles Tablett auf dem Schoß, die Augen wach und nicht mehr rot, sondern weiß umrandet, wie es sich gehörte. Sola, die bei Elena und Dr. Manello stand, freute sich über seinen Wunsch, obwohl er sie gleichzeitig mit Angst erfüllte. Wenn er im Sterben lag, musste er hierbleiben, damit im Notfall jemand da war, der wusste, was zu tun war. Hallo? sagte er. Könnte mir vielleicht jemand antworten? Sola blickte die Pflegerin und den Arzt an, denn diese Entscheidung lag schließlich nicht bei ihr. Sie war eher unterstützend hier, zum Duschen und Zähneputzen. Trotzdem wäre es natürlich schön, ihn aus diesem klinischen Umfeld rauszuholen und sei es nur für kurze Zeit. Er hing nicht mehr am Tropf oder an irgendwelchen Apparaten und der Katheder war schon lange entfernt. Abgesehen von einigen Tabletten, die er bekam und deren Wirkung sie nicht kannte, machte man so gut wie nichts mit ihm. Die akute Krise, die seine Krebsbehandlung ausgelöst hatte, war überstanden. Fürs Erste. Und? bohrte er nach. In wie viele Maschinen haben Sie mich in den letzten sechs Stunden gesteckt? Sagten Sie nicht selbst, meine Gehirnfunktionen liegen im Bereich des Normalen? Wo liegt also das Problem? Sola musste lächeln. Mit jeder Stunde verwandelte er sich wieder in den Mann zurück, den sie von früher kannte und gegen den sie sich gesträubt hatte. Asil hatte immer eine arrogante Art an sich gehabt, als wäre er sein Leben lang gewohnt gewesen, Befehle zu erteilen, die ohne Widerrede befolgt wurden. Es war irritierend und sexy zugleich, je nachdem, ob sie gerade einer Meinung mit ihm war oder nicht. Haben hier alle die Sprache verloren? fragte er gedehnt. Oder habe ich wieder einen meiner Aussetzer? Unterhalten wir uns über diese... Wie sagten Sie? Dr. Menello steckte die Hände in die Taschen seines weißen Kittels. Aussetzer? Oh nein, das tun Sie nicht. Asil drohte tadelnd mit dem Zeigefinger. Darauf falle ich nicht rein. Sie suchen nach einem Grund, mich hier zu behalten. Und dann richteten sich alle Augen auf sie. Sola räusperte sich. Solange Sie mir sagen, auf was ich achten muss und wann ich anrufen soll, übernehme ich gern die Pflege. Außerdem kann ich ja jederzeit den Notruf. Was das betrifft, fiel ihr Dr. Menello ins Wort, gebe ich Ihnen eine Nummer. Wir können in kürzester Zeit bei Ihnen sein. Es ist am besten, wenn Sie sich direkt an uns wenden. Heißt das ja? Asils Augen bohrten sich wie Laser in den Arzt. Lassen Sie mich gehen? Unter einer Bedingung, sagte Dr. Menello. Ich oder Dr. Jane können zu regelmäßigen Visiten kommen. Dann sehe ich Sie in einer Woche. Asil lächelte. Ich trage es in meinem Kalender ein. Sola musste sich abwenden. Seine Kommentare darüber, dass er aus dem Drogengeschäft aussteigen würde oder sich etwas in den Kalender schreiben wollte, erinnerten Sie daran, dass er nicht in der Position für irgendwelche längerfristigen Planungen war. Sie wusste nicht, ob es Selbsttäuschung, Abwehrhaltung oder Teil seiner Hirnprobleme war. Aber früher oder später würde ihn die Realität einholen. Es tat ihr so leid für ihn. Dr. Menello winkte ab. Sie Scherzkeks. Alle zwölf Stunden. Das heißt, machen wir besser Acht draus. Asil verengte die Augen und tat ganz brüskiert. Muss das sein? Ja, muss es. Es sei denn, Sie wollen weiterhin hier in unserer Fünf-Sterne-Unterkunft residieren. In Ordnung. Asil verschränkte die Arme. Ich werde Sie mit angehaltenem Atem erwarten. So ist's recht. Als das Klinikpersonal ging, um einen Krankentransport zu organisieren oder was auch immer, vielleicht den Range Rover, entschuldigte sich Sola. Ich bin gleich zurück, sagte sie zu Asil. Draußen auf dem Flur rief sie Dr. Menello hinterher. Entschuldigung, kann ich Sie einen Moment sprechen? Der Arzt drehte sich um und lächelte. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie sicher, dass es kein Problem ist? Ja, wir sind im Handumdrehen bei Ihnen, sollte irgendwas sein. Und seine Hirnscans sehen gut aus. Seine Cousins sind auch im Haus. Sie können ihn notfalls unter Kontrolle halten, bis wir da sind. Frag ihn, dachte sie. Frag ihn nach all den hässlichen Details der Diagnose und Behandlung. Außerdem sollte sie langsam die Fragen stellen, die sie am meisten fürchtete. Wie viel Zeit blieb Asil? Würde es ein schlimmes Ende sein? Hatten Sie auch sicher alles getan, was möglich ist? Dr. Menello drückte ihre Schulter. Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird ihm guttun, hier rauszukommen. Elena ruft gerade bei Eric an. Sobald er eine Eskorte bekommen kann, werden Sie hier sein. Sola schob die wirklich schlimmen Probleme beiseite und wandte sich den Dingen zu, die sie kontrollieren konnte. Für die schweren Gespräche war später noch Zeit, wenn sie mehr Kraft hatte. Jetzt bring ihn erst mal nach Hause und richte ihn dort ein, sagte sie sich. Bekomme ich Rezepte von Ihnen? Sie hatte einen Kloß im Hals und musste sich häuspern. Oder muss ich zur Apotheke? Wir werden Ihnen alles mitgeben. Machen Sie sich keine Sorgen. Eine halbe Stunde später kam Eric mit dem Range Rover und Sola wurde eine Tüte mit Tabletten und detaillierten Anweisungen überreicht. Dazu alle möglichen Telefonnummern, die sie anrufen konnte. Und dann ging Asyl auf eigenen Beinen aus der Klinik und ließ sich dabei weder vom Klinikpersonal noch von seinen Cousins und nicht mal von ihr helfen. Es war eindeutig eine Frage des Stolzes. Und während er sich mit erhobenem Haupt und zusammengebissenen Zähnen vorankämpfte, musste sie gegen ihre Tränen anblinzeln. Doch er schaffte es, ohne zu stolpern und ohne Hilfe bis zur Parkgarage und auf die Rückbank des Geländewagens. Wieder eskortierte sie der große blonde Kerl. Und als Sola hinten neben Asyl einstieg, drehte er sich nach ihr um. Freut mich, dich wiederzusehen. Unter so erfreulichen Umständen. Mich auch. Sie schielte zu Asyl rüber und versuchte, sich keine Gedanken darüber zu machen, wie blass und abgekämpft er aussah. Es ist schön, nach Hause zu fahren. Und schon ging es los. Sola achtete kaum auf die vielen Tore oder den merkwürdigen Nebel. Sie war zu sehr damit beschäftigt, Asyl zu beobachten. Nachdem er sich von der Anstrengung erholt hatte, begann er, vor Glück, von innen heraus zu strahlen, während er aus dem Fenster blickte und Sola versuchte, sich diesem Gefühl anzuschließen. Doch sie brachten ihn zum Sterben nach Hause. Und diese traurige Wahrheit war zu überwältigend. Plötzlich wäre sie am liebsten umgekehrt und zur Klinik zurückgefahren. Seine Auferstehung war ein Auflackern, kein wahres Feuer. Lieber Gott, diese emotionale Achterbahn gab ihr den Rest. Erst konnte sie es nicht erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Jetzt wollte sie zurück zur Klinik. Wer weiß, was sie als nächstes fühlte oder dachte. Seh nur den Schnee, schwärmte Asyl, als sie auf der Landstraße rauskam. So viel Schnee! Sein Gesicht war von kindlichem Staunen erfüllt. Und er beugte sich vor und blickte auf die Straße im Licht der Scheinwerfer. Als er anfing, hinter sich rumzutasten, verstand sie erst nicht, was er vorhatte. Bis er ihre Hand streifte und sie ergriff. Sola schloss die Augen und lehnte den Kopf an die Nackenlehne. Sie spürte die leichten Unebenheiten in der Fahrbahn, den warmen Luftstrom aus der Heizung an ihren Knöcheln. Die Wärme seiner Hand. Ich weiß nicht, ob ich das kann, dachte sie. Ich weiß nicht, ob... Wir sind da! Sola wurde aus dem Schlaf gerissen und sah sich um. Sie waren bereits auf der langen Auffahrt zu Asyls gläsernem Haus, das vor ihnen erstrahlte, als wüsste es, dass sein Besitzer endlich heimkehrte. Sie fuhren um das Haus rum zur Garage, wo sich das mittlere Tor hob. Eric fuhr rein und sie blieben sitzen, bis es sich wieder komplett geschlossen hatte. Dann stiegen alle gleichzeitig aus. Die Durchgangstür zum Haus ging auf und Evil stand im Rahmen mit einem Ausdruck voll Spannung und Hoffnung im Gesicht. Abermals lehnte Asyl jede Hilfe ab und schlurfte strahlend auf seinen Cousin zu. Hast du mich vermisst? Evil kam die niedrigen Stufen runter, ging auf Asyl zu und schloss ihn in die Arme. Leise Worte wurden gewechselt und Sola wandte den Blick ab, um sie nicht zu stören. »Oh, wow! Wer kocht da drin?«, fragte Rage. Sola zog die Luft ein. Tatsächlich wehten ihnen alle möglichen Düfte der Kochkunst ihrer Großmutter entgegen. »Das ist meine Wo-Wo«, antwortete sie. »Das riecht köstlich. Sie scheint eine Meisterin zu sein.« »Das kann man wohl sagen«, meinte Sola, als Asyl sie zu sich winkte. Hand in Hand gingen sie durch den hinteren Hausflur und kamen in die Küche. Dort hantierte ihre Großmutter mit einer Bratpfanne und sah nicht mal auf. »Hände waschen«, befahl sie schroff. »Zeit zu essen!« Das war ihre Wo-Wo. Sie drückte Liebe durch ihr Tun anstatt durch Worte aus. Sola lächelte, umso mehr, als sie den gedeckten Tisch sah. Der hagere Mann, den sie mit der Waffe bedroht hatte, goß gerade Wasser in Gläser. Als er Asyl sah, richtete er sich auf. Dann wurde er blass und machte den Eindruck, als würde er gleich in Ohnmacht fallen. »Marcus«, rückte Asyl. »Lass uns nicht pathetisch werden. Ich bin zu Hause. Alles wird gut.« Sola schloss die Augen. Vermutlich war das die beste Herangehensweise für ihn. Eine positive Einstellung war gut. Asyl ging auf den jungen Mann zu und umarmte ihn. Dann stand Rage an der Hintertür. »Ich würde gern bleiben, aber ich muss weiter. Passt auf euch auf und ruft an, wenn ihr uns braucht.« »Machen wir«, versprach Asyl, ging zur Spüle und wusch sich die Hände. »Vielen Dank nochmal für die Hilfe.« »Gern«, der Blonde winkte und trat in die Nacht hinaus. »Vermutlich würde er gleich abgeholt«, dachte Sola. »Sollte er nicht besser drinnen warten?«, fragte sie. »Es ist doch so kalt.« Asyl schüttelte den Kopf. »Das ist schon in Ordnung.« Jetzt zog ihre WoWo Platten voller Köstlichkeiten aus dem Ofen, wo sie warmgehalten worden waren und trug sie mit ihren starken Händen zum Tisch. Eric und Evil wuschen sich ebenfalls die Hände wie brave Kinder vor dem Mittagessen in der Schule. Markus schloss sich ihnen an und Asyl führte Sola an den Tisch, wo er einen Stuhl für sie rauszog. Währenddessen hielt ihre Großmutter in ihrer Bewegung inne und musterte Asyl. Ihr Gesicht war wie versteinert, aber nicht ihre Augen. Sie tastete ihn ab und registrierte alles. Er zögerte, nachdem er den Stuhl unter Solas Hintern geschoben hatte. »Setzen!«, befahl ihre WoWo und deutete auf den Kopf der Tafel. »Jetzt essen!« Asyl wurde rot, doch er folgte der Anweisung und nahm Platz. Da kam Solas Großmutter mit ernstem Gesicht auf ihn zu. Sie umfasste ihren Hals und löste eine dünne Goldkette mit einem kleinen Anhänger. »Sant Raphael! Er sie schützen und heilen! Sie ihn immer tragen und nicht abnehmen!« Damit legte sie die Kette um Asyles Hals. Dann verfiel sie ins Spanische und sprach ein Gebet für Asyles Gesundheit. Wobei sie sein Gesicht in ihre schönen alten Hände nahm. Sola musste die Tränen wegtupfen. »Jetzt essen!«, befahl ihre WoWo. »Alle! Zu dünn!« Auf dem Weg zum Herd umarmte sie ihre Enkelin kurz und fest. Dann reichten Eric und Evil die Platten rum. Nur Asyl blickte stumm auf seinen Anhänger hinab. Sola räusperte sich. »Keine Sorge, ich lasse nicht zu, dass sie dich bekehrt.« »Das ist sehr freundlich von ihr.« Asyl blickte auf. »Wirklich, sehr freundlich.« »Davon gibt's noch jede Menge.« Sola nahm eine Platte mit Enchiladas entgegen und merkte, wie ausgehungert sie war. »Wir haben für alles einen Heiligen.« Er wandte sich dem Herd zu. »Mrs. Carvalho!« Als sie sich nach ihm umdrehte, hob er den Anhänger. »Vielen Dank. Ich bin geehrt.« »Essen Sie. Später wir gehen Mitternachtsmesse.« »Wo, wo, das ist keine gute Idee.« »Aber ja doch,« sagte Asyl. »Das ist wundervoll.« »Lassen Sie uns gehen.« Nachdem das entschieden war, lud er sich Berge von Essen auf den Teller. Ein Lächeln auf den Lippen, als wäre er von innen heraus erneuert. Nach kurzem Zögern beschloss Sola, es ihm gleich zu tun. Sie wusste nicht, wie viel Zeit ihnen blieb. Also würde sie verdammt nochmal jede Sekunde davon auskosten. Alles andere wäre dumm gewesen. Und sie würde dieses unerwartete Geschenk nicht verschwenden.